Du hast den letzten Topf Ja Nee, nee, kannst du natürlich auch Ja Ja, gut, dass es nicht hart geht, jetzt sind sie schon dort Liegende Aber die Feuer, die hauen wir schon rein da Ne, ich dachte, ich könnte durchrollen, aber haben sie das nächste gelegt, hinten dran, das war doch nicht so praktisch Wenn ich in der Ausgleichbewegung bin, dann bin ich im Moon, aber wenn da hinten dran was neues gebaut wird, wo du landest, dann hast du gewinnt Mit meinem Gewicht soll ich nicht mal mehr einen Putzelbaum hinkriegen Hä, ich bin denn nur einmal gestorben, wieso habe ich schon zwei Skelete, das ist nicht so scheiße Gut, wenn Kabbald gleich kommt, da ist eh ein Feuer, also da kommen jetzt eh keine Gegner So genau, ich brauche mal einen kurzen Moment Ich kann ja meine Waffen aufwerten, das wird jetzt auch gleich mal gemacht werden Ich kann ja meine Waffen aufwerten, das ist nicht so scheiße Hört ihr aus dem Event? Ja, ich hab heute 21.000 erreichen, ich hab die Tränen holen können Was heißt zuerst, also die, ich hab die ganze Zeit die dominierten gehabt und die neuen sind viel besser, deshalb hab ich hier schon im Grünen drin gehabt die ganze Zeit Die hab ich erst gekriegt, als das schon mit dem Meilenstein war, deswegen hab ich erst mal aufgehört, das halt auch mal aufzufehlen, kann das dauernd eben aufwerten Hab ich schon einen Mangel an Potenzien und Verzauberungsstein wegen Rindschild hoch machen Ahh, das war mal normal Whoa man, was macht hier ? Go man, das ist einfach geholen Wir haben aber seine Stacks aufgebaut und wir haben Ich habe ein paar Schuhe, ich habe auch ein paar Schuhe, ich habe auch ein paar Schuhe Der hat ja die Bescheid nicht gekannt. Ihr kennt gut, doch er sei erst der Einstieg. Fluchtreflex. Da muss er erst mal auf 80 ziehen. Ja, du siehst, das finde ich blöd bei Tom, du kannst von jeder Klasse, du kannst so Totten nicht von dir, ob du hast. Ja, du bist auch mit Wasser. Doch, das war's. Wie hat die Tritte, jetzt ist die Flucht. Ich will nur das Feuer, als ich das überliegt will, wiederhagen zu meinen Geist. Ich würde jetzt mal nur kümmern. Entschuldigung! ich würde irgendwie nicht ok meine ist weg da wird die alte Star fake ihn da passiert nichts so jetzt ist einer schöner dran dann wird's gut hier genau auf das hab ich gewartet war der er ja was da ja Das ist der beste Faktor. Das ist dann der normaler Kredone. Das ist doch so schön, wenn ich lege mich nicht mehr. So wie ist sie denn? Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Alright, alright. Oh, jetzt. Ah, okay. Okay, so ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Feuer, Leucheren, Einreich. Schnellbewerb. Oh, das ist eine Wettbewerb. Das ist ein weile Wissige Fall. Das ist ein weile Wissige Fall. Lück dabei aus Lücken, durchs kleine Maul. Schicksam. hier soll ich meinen steuern so weit Ja, das sollte normalerweise resonieren, dass es sich hier wieder endlich um eine Fälle überrasen. Du musst ja nicht die Abgefahrens verweisen. Du kriegst, wenn du die Zeit hast, über die Weeklys zu machen, kriegst du schon 4-8 pro Woche. Und dann hat man so ein bisschen die Plätze oder BRIs gefarmt und solche Fälle. Und dann sollte es dann eigentlich auf die Enderfahrzeuge kommen. Es gibt eine Fälle, die wir hier veröffentlichen. Oh, genau. Oh, das ist das. Oh, es ist das. Oh, das ist das. Oh, da ist das. wundert da war auch nicht so nett mit dir, da hat sie ja erst abgeholt das ist immer noch ein mysterium für mich ja schön, günstigweise wenn ich das zwar diesmal hat das du schon glückwichtelst ja 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 das ist ja nicht einfach funktionieren du aktivierst die starke Brücke schau mal drauf, dann geht die Sache aber naja ja ne ja 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 Ja, Meisterreag war ich noch nicht drin, aber jemand anderes, der es allein 50 mal durchgelaufen hat, hat ein Weißes getroppt, also Weißer überraten Weißer oder so würde ich direkt verkaufen Ja, sag mal so, blau oder was, sind das zwei Prozente, dann kann man da reinhauen Ja, die Regeln sind mir bekannt, das sind fünf Kategorien mit jeweils drei Dingern, du kannst pro Kategorie nur eins auswählen, das weiß ich Das ist ziemlich blöd gemacht, aber jo Genau, ich habe einen Counter drin, deswegen kann ich die frei und täglich nicht mehr machen, dann Sieh Nostura! Kaball ist tot! Wir müssen fliehen! Bei dem einen will ich überlegen, dann wird da mal die 3% Schaden rufen, oder die 3% Schaden rufen Auge Naja, das werden sie auch verloren werden Auge Auge Naja, das werden sie auch verloren werden Ein paar Biede und so ansonsten, keine Ahnung, dann vielleicht Roh-ADs reinmachen das gehört nicht, was das dritte ist, Gold, Roh-AD, was ist das auch noch? ja was heißt Sinn, Sinn würde ich nicht so, aber was willst du denn reinmachen? du hast 5 Schlots und du hast 5 Kategorien, das heißt 1-2 Kategorien sind nutzlos aber entweder lässt du sie weg oder machst du halt rein, wenn du sie kriegst sagen wir mal so, ADs gebe ich keine dafür aus, wenn du sie kriegst, mache ich sie rein, ansonsten ich sage, wenn, dann wird ich Roh-ADs, dann, nee, im Gold schon gar nicht ich brauche da jetzt 6 zu 6 Millionen, was hab ich mir in Gold, ich mach keine Frage ich hol ab und zu mal bei jemandem Material, aber ansonsten ja ich habe ja für mich geredet, wenn es ja jemand hat ihn mitgemacht, aber so ein bisschen ja das hast du wahrscheinlich mit Absicht gemach ja das hast du wahrscheinlich mit Absicht gemacht n mh 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 s mh 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 Ich sehe irgendwelche Tom-Züge geholt, Wischbe, oder was soll er sein? Wischbe, Screamcat. Was ist das? Ich kann mich nicht nur hier nicht sehen. Die Goldene, die wir jetzt auch noch besser aus der Gründer-Space-View haben, die Top-Sus ohne. Das ist immer noch zu lauter Kampfsound... Moment, muss ich ein bisschen runterdrehen? Ich hoffe, dass man noch ein bisschen was hört, weil ich das YouTube-Nummer aufmacht... Ja, da tue ich auch immer wieder so Kampfs oder sowas auf die zusätzliche Folgen... Bitte? Ja, ich streame da und dann nehme ich noch Clips nebenbei auf, die ich dann bei YouTube schreibe. Wurschtwein... Ich habe das ja gefragt, ich hoffe ja durchstrennen, das wäre eine Abstimmung. Ja, genau das ist was ich auch meinen. Wie gesagt, ich dachte das wäre gerade eine Abstimmung und ich war früher durchstrennen. Und wenn jetzt alle sterben sollten, dann sind die Kuh wieder weg. Ja, ne, das geht, da musst du ja langsam. Aber da gibt es trotzdem so als idiotische Tanks... Die siedeln dann trotzdem alles komplett aus, statt einzeln zu machen. Das ist aber auch nicht okay. Ich hoffe, der Sound wie so ist jetzt ein bisschen besser gespielt, dass es nicht gut ist. der Sound wie sooo ist. Der Sound wie so ist das nicht gut sein, ist ja normalerweise, weil der Sound wie so ist. Ja, der Sound wie so ist das so ein bisschen besser gespielt. Da völlig gut. Der Sound wie so gut ist. Der Sound wie so, wie? Ich bin's gespielt. master, ich bin's gespielt. Könnt ihr euch eben nicht integrieren? Kannst du halt nennen? Ihr Armen Wer denn nochmal? Ich hab's akustisch gar nicht verstanden Tom, ich hab dich akustisch nicht verstanden gehört Ach ok, muss ich gönnen, dass wir das wegkriegen können Naja, schon daneben, das fand ich jetzt nett, dass man das wegkriegt, wenn man ins Auge schaut, ok? Oh Bitte das tut man! Nur noch wir zwei sind übrig! Ich will das nicht tun! Da soll jetzt keinen Schaden machen Ja, mit den freien Kräften halt Oh, der hat schon gut angefangen, nehmt sie Ich bin ja, aber ich hab ihn nicht verstanden Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja Ich bin ja, ich bin ja Entschuldigung W- Ich bin ja, ich bin ja Möbel. Ist der Sound jetzt so besser oder ist er immer noch zu laut? Ich kann gerade nicht reinhören Das ist glaube ich generell ein bisschen lautlos Ah, ist bei jedem Spiel anders stark Oh Auge 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 Must not leave long, we go alone 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 Auge 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 Auge